Und willkommen zurück zur nächsten Folge! Wuhuu! Ich tue gerade so, als hätte ich super gute Laune, weil ich immer noch in der gleichen Aufnahmesession bin. Und wir sind gerade auf dem Rückweg zu... Fürchten Sie zurück durch Sixen Communication. Wir hatten in der letzten Folge sehr, sehr schöne Szenen dabei gehabt. Für euch jedenfalls schöne Szenen. Scheiße, das Fies hier! Direkt neben mir! Es ist weg! Alter, es fängt schon scheiße an! Ey, wer ist wartet jetzt hier drinnen, ey! Ich schwöre ich dir! Hallo! Schrank! Na? Wie läuft? Ich hab' überhaupt keinen Plan mehr, wo es ist. Ach, scheiße, falscher Knopf. Oh, ich muss jetzt einmal komplett durchrennen. Scheiß, Xer! Apropos. Ich muss die Uhr noch starten. Okay. Cool. Cool. Ach nö Kommt der Sack? Vor allem warum krisselt das Bild so? Alter ich Ey das scheiße sind die dummen Viecher jetzt gut Achso ich dachte was ist denn das da hinten da in der Ecke Was dreht sich nur im Kreis Irgendwann labert doch da Haben wir hier nirgendwo ein Speicherband Ah ich drücke jetzt mal den falschen Knopf Irgendwo ein Speichergerät Nein Okay cool Also letztens war der noch nett Die Schnauze Luftreiniger aus Beleuchtung aus Beleuchtung aus Luftreiniger aus Also Nebelscheiß ist echt schlecht gemacht ey sorry aber Okay hier gehts nicht lang Vor allem das Bild krisselt so ey Ist das jetzt mein Bildschirm der so scheiße ist oder Ist das Spiel jetzt Alter wenn ich jetzt sterbe ne Oh warte mal apropos wenn ich jetzt sterbe Ist der Reweiber Ist der Reweiber Wo ist der Arsch Ich bin günstig Was bist du bist du bist ne Not oder was Ich bin günstig Ach da unten ist er Aber ich sehe keine Alter ich vergesse jedesmal den Knopf Ach das war der Knopf Ich versuche rote Augen zu sehen aber Ich erkenne nichts Okay gut komm Hör auf dich hier ist mir zu aktiv Aktivieren Arschloch Vor allem wer redet denn hier dass er Hilfe braucht Er hat rote Augen Er hat rote Augen Er hat rote Augen Er hat rote Augen Auf jeden Fall Junge Ein super Symbol des Fortschritts Ein super Symbol des Fortschritts Beweck dich nach da hinten Ich frage mich ob ich auch ne Facke werfen kann Dass er dann da hinten geht um die Facke zu gucken Das ist schön Wirklich Freut mich für dich Geh weiter Na los So ein falschen Knopf Okay hier drinnen muss ich nichts mehr machen Ich muss einfach nur nach außen rumlaufen Okay cool Hier gehts runter Bringt mir das was? Komme ich da hinten irgendwo wieder hoch? Wie günstig Schnauz du Scheißteil Schnauz du Scheißteil Die Musik hilft nicht wirklich weiter Ich hör da jemanden rufen Ich hör da jemanden rufen Die Musik Kompromissloses Leben mit erschwinglicher Qualität Kompromissloses Leben mit erschwinglicher Qualität Schön Verpiss dich jetzt nach da hinten Lauf Und komm nie mehr zurück Schnauze! 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 Ok. Okay, dann gehen wir uns einfach mal weiter. Willst du mich jetzt rollen oder so? Was zu lachen bedeutet? Warum gehe ich hier lang? Ich habe Blindgranaten, wow. Oh, oh, warum küsst du das Scheißding so? Ich sehe nichts. Alter, fick dich, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich jetzt. Ich bin mir nicht immer sicher, wenn ich an so ein Ding will. Ausschalten. Ausschalten. Rezeption. Rezeption kann ich nichts machen. Oh, ein Terminal. Ordner fehlerhaft. Nichts zu finden. Freigeben. Anruferkennung. Was ist da oben los? Ich habe einen Anruf gewartet. Was? Warum piepst das Ding? Was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet. Unter Apollo. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. So. Rufnummer, Kennzeichen, irgendwas. Hallo. Mein Hi-Fi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe. Ich bin in einer Wohnung gefangen. Draußen steht eine Android und Apollo. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Anruf-Registrierung. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marschall. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus. Ich, Apollo. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Rufnummer, Kennzeichen, wieder irgendwas. Er ist weg. Er... Ne, es... Es hat ihn getötet. Was? Was steht da unten? Getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Apollo. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Das hört sich nicht gut an. Fehler. Fehler auf der Datei. Zubehör. Kein Zubehör. Oh Gott, 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 Gott. Hier stimmt einiges nicht in dieser... In dieser... Ach so, das ist der Arsch, okay. Was ist das denn? So, ich hab da hinten jemanden gehört. So, Leute, wir müssen jetzt noch irgendwie weiterkommen hier, ne? Sagen. Oh, jetzt mal dieses... Von diesem scheiß Gerät, Alter. Huch, was ist das denn? Sensor, Schrott, Sensor. Kann ich nicht mitnehmen. Leer. Da vorne zeigt's mir eins an. Es bliegt nach da und dort ist etwas. Äh. So, ich habe die F ab. Nein, ich habe die F ab. Oh, jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich mitnehmen. Oh, ich habe die F ab. Oh, jetzt bin ich nicht mitnehmen. Oh, jetzt bin ich. God damn it, Alter. Ich bin eine Eule! Okay, keine Witze. Keine Ahnung, wo der andere hin ist. Nein, ich komme nicht mit dir mit! Du kleine, dreckige Verschwanz, du Huren-Sau. Verstecken, 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 verstecken. Rennen hat Unfälle verursacht. Nein, du hast mich nicht, du Schwanz! Gekacken! Ja, ich beruhige mich, indem du mich haust, oder was? Mann! Warum haut sie denn nicht zu, die blöde Schlampe? Jetzt lauf! Lauf, lauf, lauf! Ah, da ist ja noch einer! Wisst ihr was? Dann können wir jetzt auch durchrennen! Scheiß der Hund drauf! Das ist in diesem Bereich nicht gestattet! Aber nicht zu schlagen! Das hat jedem was gebracht! Gewalt ist keine Lösung! God damn it, die scheiß Mistroboter! Alter! Alter, jetzt drück doch drauf! Ach du... Mann! Hättest du mir auch sparen können, die Scheiße dann! Stundenlange warten und so! Boah, leckst du mir am Arsch, ey! Das Spiel ist nix für mich, Alter! Ohne Witz! Ey, das ist nicht die einzigste Bedrohung auf der Station! Ach, wirklich! Ah, das komplette Schiff ist eine Bedrohung, ey! Ja, die Bollgeschichte bieten alternativen Wege! Nicht nur für mich! Schnauze, Schnauze! So, mal gucken, was jetzt passiert! Oh, ein schwarzer Bildschirm ist doch schön! Einfach nur ein schwarzer Bildschirm! Steht, was im Kreis, kreist um sich selbst herum! Ey, du kommst hier hin und du hast gleich dieses... ...fucking Alien! Ich hab das fucking Alien! Ich hab das fucking Alien! Der ist da oben im Schach drinnen! 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 Okay, wo muss ich hin? Das ist Hickson Communication, von da komm ich gerade, ne? Da ist irgendwas von Wert für mich! Nehmen sie ein Transit! Das heißt, ich muss jetzt da unten lang! Wetter hoch und dann ist gut! Das scheiß Alien ist da oben im Schach drinnen! Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter! Okay, soll irgendwas von Wert für mich sein? Alter! Jetzt hör halt auf! Ey, ich sprinte gleich einfach nur da lang! Lass mich einfach dieses scheiß Item nehmen, dann ist gut! Ouhh! Ui! Hör mir genau zu! Du musst sofort die Arbeit verlassen! Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen! Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegson ein Schiff sendet! Ich hab diesen Typ gesehen! Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern! Der mit der Baseballmütze! Riecht komisch! Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt! Sah aus wie eine Waffe! Er hat direkt durch mich hindurch gesehen! Sprich mit niemandem! Niemand darf wissen, wo du hingehst! Ich werde sobald ich kann zu dir kommen! Aber wenn niemand weiß, wo sie hinge- Woher sie zu- Dann wiederfinden! Okay! Nochmal kurz zum Abchecken! Hinter mir die Treppe runter, aber Treppe hoch, je nachdem! Dann nach rechts! Und dann komm ich irgendwo an diesen Scheiß- Transit-Scheiß-Ding! Aber ist das ein Speichergerät? Ähm... Speichergerät sieht so aus... Ja, das ist ein Speichergerät! Ich muss ganz dringend speichern, Leute! Sollte ich hier den Weg vergessen! Gottverdammte Scheiße! Ja, ey! Ich hab ne Idee! Du bleibst da und ich geh hier lang! Okay? Geh auf du Scheiß-Teig! Geh auf du Scheiß-Teig! Geh auf du Scheiß-Teig! Jaaaaaaah! Auf du Scheiß-Teig! Och, falscher Knapp! Egal! Dann beenden wir jetzt erstmal hiermit diese Folge! Ich hoffe es hat euch gefallen Immer schreit alles in die Kommentare Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge